Hallo, wir sind Leo, Fabian und Julia von den Kölner Vokalsolisten und wir melden uns heute bei euch, weil wir eure Unterstützung brauchen. Wir haben ein großes Vor, wir planen dieses Jahr unsere erste CD-Produktion und dabei brauchen wir eure Unterstützung. Weil so eine CD nämlich recht viel Geld kostet, um sie zu produzieren. Und deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr uns dabei unterstützen könnt, nämlich über das Crowdfunding. Und dabei könnt ihr sogar, könnt ihr verschiedene Beträge auswählen und könnt dabei sogar Goodies bekommen. Zum Beispiel eine Gesangsstunde, eine handsignierte CD oder sogar bei einer entsprechenden Spende ein Hauskonzert bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Das wäre doch was. Und wenn ihr gespannt seid und Interesse habt, dann kommt doch mal zu unserem Monatskonzert in St. Andreas am letzten Dienstag im Monat um 13 Uhr. Zum Beispiel 29. März oder 26. April. Da könnt ihr uns live in Action erleben und hören, welche Musik wir zu bieten haben und was vielleicht auch auf der Zudel zu hören sein könnte. Alle Informationen zum Crowdfunding findet ihr auf www.startnext.com. slash Kölner Vokalsolisten oder auf unserer Facebook-Seite sucht einfach Kölner Vokalsolisten. Ihr werdet uns finden. Dort findet ihr sowohl Informationen zum Crowdfunding als auch zu unseren nächsten Konzerten und zu uns, was wir so treiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid und uns unterstützt und melden uns dann demnächst mit neuen Infos. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020